Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer, heute zum zweiten Tag in Lugano. Wir machen heute die Vicania Tour. Es ist komplett ausgeschrieben, ab Bahnhof geht es hoch, entweder mit dem Shuttle oder per Bike. E-Bike geht natürlich einfacher wie heute bei uns und es geht gleich über einen schönen Waldweg langsam hinauf auf dem Berg und dort oben kehren wir noch mal ein, bis es dann über ein paar schöne Orte wieder runter geht. Also heute nicht ganz so viel Action wie gestern. Dafür eine schöne Umgebung, malerisches Dorf besuchen wir. Ich bin schon gespannt und einfach ein bisschen wirklich mal Bike-Urlaub und nicht Sport-Urlaub. Also viel Spaß mit dem Video und los geht's. So Leute hier sind ein kleines Labyrinth. Mal schauen, ob ich auch wieder rauskomme. Also ich denke mal, es muss einen Eingang und einen Ausgang geben und nicht den gleichen Weg wieder zurück. Uh, hier ist es eng. Süß. Ich glaube hier war ich schon. Und dann fangen wir wieder den gleichen Weg zurück. Und dann massieren wir mal links herum. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Ich muss jetzt ein bisschen langsamer fahren, falls der Fußgänger kommen Das ist die Urban Treppen Sektion von Lugano Hallo, danke Eine Massage für die Unterarme Ja liebe Zuschauer, das war's in meiner Zeit hier in Lugano Sehr sehr schön, die Trails waren der Hammer Jetzt heute am zweiten Tag sind wir nicht mehr wirklich Trails gefahren Also bergauf mit dem E-Bike ist auch sehr spannend gewesen Ich glaube mit dem normalen Bike wäre das ein bisschen zu anstrengend gewesen Aber wer eh E-Bike begeisterter ist, dem kann ich die Tour auf jeden Fall empfehlen Und hier die Sehenswürdigkeiten wirklich sehr beeindruckend Ich denke, das Video ist jetzt nicht ganz so lang geworden Vieles habe ich nicht mit reingenommen Weil das dann doch eher nicht für mein Publikum ist Aber trotzdem, um euch ein bisschen zu präsentieren Hier Lugano Und hoffe, das Video hat euch gefallen Schaltet das nächste Mal wieder ein Und haut rein Ciao, ciao Ciao